Wo wir auch gut den Bedarf abdecken können, ist natürlich bei den Bildschirmtechnologien. Wir sind hier sehr breit aufgestellt. Wir bieten alle gängigen Technologien, die derzeit am Markt sind, an. Von Full-HD über UHD und natürlich unser Highlight-Produkt OLED. OLED, mit dem wir letztes Jahr im September sehr erfreulich gestartet sind, mit großer Resonanz im Markt, viele Auszeichnungen bekommen haben, bis zur, ja man muss schon sagen, bis zur Referenz-Klasse gewählt worden sind und wo wir einfach bewiesen haben, dass das Thema Made in Germany auch bei neuen Technologien funktionieren kann. Eine neue Bildschirmtechnologie einfach kombiniert mit den klassischen Metz-Tugenden der Bildqualität, der Tonqualität und der Bedienkomfort. Wir spüren wirklich in Zusammenarbeit mit unseren Fachhändlern, dass das Thema Made in Germany getragen wird. Es gibt Nachfrage nach Made in Germany. Die Leute suchen nach wertigen Lösungen und hierfür bietet Metz natürlich die entsprechenden Lösungen an. Wir sind auch froh darüber, dass andere Marktteilnehmer kommen, weil dadurch wird der Markt breiter und das Interesse an OLED einfach größer werden. Wir sind auch frohaco dabei und das auch, dass man hier zum nächsten Mal aber im Moment möchte einstellen, wie es noch funktioniert. Wir sind girl kinberry und gesagt wurde vom anderen dann in England margins